Liebe Kollegen, 19% Mehrwertsteuer oder 7% Mehrwertsteuer? Ich glaube, dass das in der Vergangenheit schon immer ungerecht war. Warum muss man im Haus 19% zahlen und außer Haus 7%? Im Haus hat man einen viel größeren Aufwand und dann noch mehr Mehrwertsteuer. Das macht keinen Sinn. Eine andere Sache ist, dass in Deutschland 70% aller Speisen außer Haus verkauft werden und 30% im Haus. Das bedeutet, wenn wir uns auf 10% einigen würden, das heißt 10% Mehrwertsteuer für innen und außer Haus, dann hätten wir A, der gastronomische, ökonomische Gerechtigkeit und B, damit könnten wir alle leben. Das ist ein sehr guter Kompromiss. Und die Bundesregierung wird auch mit Steuern einnehmen. Aber Sie können mich ja mal fragen, wenn Sie Hilfe brauchen. Schönen Sonntag!